Der Verein gegen Tierfabriken hat heute auf dem Linzer Taubenmarkt gegen Kälbertransporte durch ganz Europa protestiert. Das Leid der Kälber wurde mit Fotos, Originalaufnahmen von Kälberschrein und mit einem nachgebauten Transporter dargestellt. Die Tierschützer fordern ein Transportverbot für Kälber, die unterwegs nicht mit Milch der Mutterkuh versorgt werden können und generell strengere Gesetze für Tiertransporte.